So, dass wir hier in der Vorbereitung einfach nur mehr Freude verspürt haben. Die Menschen, die Bevölkerung waren hellauf begeistert, wie wir den Zuspruch bekommen haben 2012, wo wir gerade in der Vorbereitung auf 2013 der Alpinen Ski-WM waren und somit ist sichergestellt, dass wir wirklich auch alles erreichen werden, was wir in die Veranstaltung hineinlegen, nämlich, dass unsere intellektuell beeinträchtigten Menschen wirklich diesen Platz bekommen, denn was sie verdienen, nämlich in der Mitte unserer Gesellschaft zu sein. Ich möchte unseren Athleten wünschen und sagen, dass sie für mich das Glück haben, Glück dieser Welt sind und die Chance, die Welt zu verändern.